Was soll aus Europa werden? Lange kannte die Entwicklung in Europa nur eine Richtung. Mehr Integration, also mehr Macht für Brüssel. Beendet ist das keineswegs. Die Kommission hätte zum Beispiel künftig gerne auch eine europäische Grenzpolizei oder eine europäische Armee. Die Rechtsparteien wollen das Gegenteil. Brüssel soll wieder mehr Macht abgeben. Aber wie viel genau, das ist offen. Vor allem in den osteuropäischen Staaten wie Ungarn und Polen sind die Zustimmungsraten zur EU in der Bevölkerung groß. Gleichzeitig leben die Rechtsparteien von Angriffen auf die Brüsseler Eliten. Unser Ziel ist die Zerstörung dieser EU, sagte Marine Le Pen noch vor einiger Zeit. Wir wollen sie an Haupt und Gliedern reformieren, aber nicht zerstören, sagt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen. Die Formel, auf die sich alle einigen, ist das Europa der Nationen. Aber was das genau heißt, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Die Idee einer europäischen Verteidigungsunion etwa, wie sie Deutschland und Frankreich seit einiger Zeit mit Nachdruck verfolgen, fand auch beim polnischen PiS-Präsidenten Jarosław Kaczynski oder beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban anklang. So könne die EU sich besser gegen Supermächte wie Russland, China und die USA behaupten. Doch AfD, FPÖ, RN und die italienische Lega lehnen die Schaffung einer europäischen Armee ab. Für die Lega, die PiS und die Fides ist klar, dass ihre Länder nicht aus der EU austreten sollen. Die Französin Marine Le Pen hatte lange Zeit den Frexit propagiert, will nun aber Frankreich in einer reformierten EU belassen. Die AfD hat den Austritt als letzte Option hingegen in ihr Wahlprogramm hineingeschrieben und die Abschaffung des EU-Parlaments als festes Ziel gleich mit. Die FPÖ will das Parlament zwar erhalten, aber seine Mitgliederzahl halbieren. Ein Vorschlag, der Orbans Fidesz gar nicht gefallen dürfte. Für die ungarische Regierungspartei sind die Stellen in Brüssel gleichermaßen wichtige Bühne wie auch Versorgungsposten für die Partei. Außerdem will die FPÖ in Österreich den zweiten Sitz des EU-Parlaments in Straßburg abschaffen. Ein Vorschlag, der bei den meisten anderen der Rechtsparteien Anklang findet. Mit dem französischen RN aber ist das nicht zu machen. Den Parlamentssitz zu streichen, sei ein Schritt zu einem supranationalen Europa mit einer einzigen Hauptstadt in Brüssel, einer Stadt der Lobbys und der nicht gewählten Allmächtigen Kommission. Kurzum Teufelszeug. Die Internationale der Nationalisten hat es schwer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.